Hallo Leute, willkommen, sorry für den Schrei Leute, aber ich bin gerade irgendwie übermotiviert. Auf jeden Fall Leute, wir machen heute die No English One Challenge. Fuck off. Hey, jetzt machen wir sie ab jetzt Leute. Also immer wenn wir ein englisches Wort sagen, müssen wir runterspringen auf jeden Fall, genau. Hi. Wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Ähm, ja ne, Leute. Es ist echt schwer, in einer Beckenkriegrunde, ähm, kein englisches Wort zu sagen. Oh, es kommen Leute. Ah, wirklich? Ja. Oh, dann. Hast du ihn? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein, ich bin runtergelaufen. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn, äh, Erfahrungsdingsfarbtyp bekommen. Sehr interessant. Ein erfahrender Arromaschaft, Leute. Da kommt übrigens wieder ein grüner Mensch. Okay. Der weiß, der weiß auf jeden Fall nicht, Leute, dass ich hier unterm Bienen esse. Oh, ich habe ihn fast gesagt. Mach dich. Ja, ein englisches Wort. Mach mich hoch! Ich hab mein Tablet. Äh, wo ist das Bett? Hier unten. Hä? Da unten. Hä? Da unten. Ach, ach so! Ja, Leute. Ach, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Hast du ein englisches Wort gesagt? Ja, nein, ich weiß, dass er mich hat. Nein, gesagt. Leute, er hat schon mal ab. Ah, Leute, es ist ein bisschen ab. Anleitung. Ah, nur noch du und Mimekrafter. 3.400. Ja. Seid ich ein Kind, der Mimekrafter? Weiß nicht. Oder der Eingekor. Weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall sehen wir uns. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Willkommen in der nächsten Runde. Minecraft Bettenkrieg. Und ich wäre fast runtergelaufen. Ja, was sagt man zu Dingens? Ein Spiel mit Blöcken. Ja. Ein Spiel mit Blöcken. Bettenkrieg. Ich habe auch so einen Queer-Mittel-Pfeil gelassen. Äh, zwei gekauft, meine ich. Ja. Sehr interessant. Yay! Oh, scheiße. Oha. Ich hätte mich fast nicht beerdigt. Ich hätte mich fast nicht beerdigt, Leute. Oha, habt ihr es gesehen, oder? Oha. Ich habe es nicht gesehen. Ja, siehst du deine Aufnahmen? Ja, natürlich. Ähm. Ja, Leute. Ein Spiel mit Blöcken. Bettenkrieg spielen wir hier gerade. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall, sag nochmal so, nicht einfach. Weil du musst immer checken, was du gerade sagst. Und ich... Checken ist ein deutsches Buch. Guck mal. Ich habe einfach hier überlebt, Leute. Diesen Block habe ich platziert. Dadurch habe ich überlebt. Hallo. Hi. Ich muss einfach keine... Ausreiten. Willst du meinen Stick mitnehmen, damit... Ah, okay. Ist ja. Haha. Äh, ja, Leute. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, nicht einfach. Ähm. Und dann noch keine englischen Wurter zu sagen. Ja, meine Blöcke wurden noch auf die Blöcke gelegt. Sammeln Sie bitte nicht auf die Blöcke. Nein. Ja, gut. Das ist nämlich ein paar Blöcke. Ähm. Wo sind die Blöcke? Na, auch ganz oben. So. Wie viele waren es denn? Was? Acht Stück. Sieben. Acht Stück. Ich schattete gerade noch 360. Ich habe gerade die Q-Taste gehämmert. Ähm. Ja, finde ich auch. Ich habe die Blöcke. Zum Eisen. Oh, oh, oh mein Gott. Ich habe mich nicht hier. Pau. Pau. Ich habe ohne Gott gesagt. Pau. Ist doch Deutsch. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ach. Auf jeden Fall, ähm, liegt da glaube ich noch was. Ja. Das sind 54 Blocken. Ja, die das ist schon. Ja. Und der Knüppel liegt da auch noch? Ja, der Knüppel liegt da auch noch. Ja, der Knüppel liegt da auch noch. Wo haben Sie auch, oder? Ja. Ja. Puh. Aufs Nieder? Ja. Ich habe eine Riemen im Hinter. Keine Ahnung. Was? Bremi. Puste mich. Ich? Ich. Ich baue noch kurz deren Denk ab. Nicht Kuh. Ja. Ust doch. Ja, wir werden jetzt gepusht. Ja, wir werden jetzt gepusht. Ja, okay. Das ist weg. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Auf Road. Gehen. Fall auf. Alter. Nein. Geh, Leute. Ja, auf jeden Fall. Flex an. Und Flex an. Du musst unterspielen. Naja, Ex ist eigentlich auch ein deutsches Wort so, ne? Die Ex-Freunde. Ah, ne, der heißt auch nicht. Na, okay, lass ich durchgehen. Ja, Mann. Aber du hast Mai gesagt. Ich hab Flex on und du hast Mai gesagt. Brauch ich Mai? Ja. Ja. Rot spielt doch mit Bogen, Leute. Ja, dann auf jeden Fall, Leute. Nein. Warum nein? GG. Hä? Egal, oder? Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis gleich, Leute. Ach, Dina. Äh. Hast du grad gesagt? Och, Dina. Und davor? Hä? Ja. Ja, Leute. Das habt ihr vielleicht gerade noch so mitbekommen. Glaub ich aber eher nicht so. Ähm. So, 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 so. Zu. Zu. Spielen? Sagen. Und ich glaube, Gelb wird mit Gold spielen. Weil die wollen sich. Geradeaus. Geradeaus? Ja. Aus. 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 Nichts. Ich bin runtergeplumpst. Ja. Das ist das bittere Leben eines Iches. Ja. Bittenkriebsspieler. Eines Iches. Eines, wo ich los. Ja, genau. Ja. Kann ich noch ein bisschen Pops sein? Nein. Ich hab's immer die zwei Ashtetge bekommen. Oh. Oh. Ein Schwein. Oh. Halt. Ich bin runtergebrannt. Plumpst. Beton auf Plumpst. 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 Die Pest. Die Pest. Oh mein Gott. Die geborene Angel. Keks Illuminati. Letch. Ähm. Kung Fu. Kung Fußen. Ähm. Hanna. Und. Oh. Leute. Ich hab grad mein Taskmanager geöffnet. Also wundert euch nicht, warum es grad kurzzeitig gestockt hat. Ja. Ich kann auf jeden Fall dieses englische Wort. Darf ich nicht sagen? Sag auf jeden Fall nicht. Also frag auf jeden Fall nicht. Warum es grad kurz. Den Stock hat. Juhu. Mann war der witzig. Ich lach euch ja hier. Schlapp. Sorry für den Schrei Leute. Schlapp. Ach. Ich hab grad. Ähm. Ich hab grad. Nen. Tik Tok Song in meinem Kopf gedacht. Natürlich nicht gesagt, weil das ganz schiss. Die meisten. Tiki Takas. Schau'n. 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 Schau'. Wir werden von לש. Dieズ���st Cynthiacka. Nee, da ist nicht. آپ. Da läuft. Auf jeden Fall. Leute. Kommt auch meinen... Schuss. Komm r shifting名isi но mir nicht geht. Kommt auf mein Label. Nein, auf deinen Schoss. Auf meinen Schoss? Sprich runter. Natürlich. Nein. Nicht? Nee. Bist du ja zuhundertprozentig schief. Es ist halt englisch. Aber ich hab das Bettchen... Ich hab's fast gesagt. Aber du hast grad schon vorhin das T. Ja, du hast davon ein bisschen runtergesprungen. Ja. Ähm... Auf welches PR wollen wir gehen? Äh... Ich hol auf jeden Fall noch den Liedern. Ja. Hast du ihn? Hab ich gesehen. Ja, und da... Geplumpst. Hat verlassen, bevor du ihn gekötterst. Nee, da steht, du hast getötet und dann hat er verlassen. Aber ich müsste ihn erst verlassen und nichts getötet. Ähm... Wann... Wann denn? Ähm... 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 Warum sch... Bestimmt. Der ist grün. Der ist grün. Ja, das... Du... Du gehst auf Geld. Ja, aber der ist... Der Keks... Ähm... Illuminati Fliege ist grün. Der ist grün. So. Ich hab grad nicht geduckt. Geduckelt. Aber ich glaub, der... Runde kommt zu uns. Ne, der geht's um hier. Hm? Ich glaub, jetzt schakelt er, dass wir Lila schon eliminiert haben. Oh mein Gott. Ich glaub, die Runde verlieren wir. Ich glaub auch. Ansonsten. Ach... Ich bin so tief. Also warum... ... fliegt man nicht so hoch? Was steht da? Abfall? Ein Ferkopf. So. Ja. Ganz einfach. Kommt der? Ja. Kommt der? Ja. Dann auch noch ein Black Eagle Skin. Genau. Kostbar. Ähm... Schwarzer Igel hat's wieder. Stimmt. Ja, kennst du auf jeden Fall den... Oder? Ja. 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 Schmisch. Pfff. Ich hab' das gleiche. Da hat er was gewissen. Ja. Oh. Hey. Du bist so? Ach, hier. Hier vorne. RTNT. Doch, ich hab' ihn. Ja. Oh, gut. Ich würde sagen, der RTNT passiert auf Englisch. Er läuft. Auf jeden Fall, Alter. Es tut uns sehr leid, dass wir nicht so viel reden. Na, dass wir nicht so viel kommentieren, reden und tun. Ja, ein bisschen. Genau. Oh, und du und noch der Bogenspieler ist da. Der eine Typ hat nämlich die Runde verlassen. Hoffentlich hab' er abgebrochen. Ein Grund? Oh, was hat er mit Kopfhörg... Gesetzt. Kein Bildung. Er hat Kopfhörg gesetzt. Ich wollte nicht das Englisch Wort sagen, Leute. Ja. Okay, ich geh' zu seiner Heimat. Er geht zu meiner Heimat. Okay, da kommt. Er kommt zu unserer Heimat. Oh, ich hab' hier benutzt. Tee. Ich guck' mal, ob er zu unserer Heimat kommt. So, der müsste wahrscheinlich sein von dort OB. Komien. Passt perfekt mit einem Bein. Wirklich, das Eisen hat wirklich perfekt gepasst. Ich hab' jetzt nur kein Dings mehr. Also kein... Äh... Kein Dings... Dings... Ja. Ja. Kein... Wie nicht die beste Westerbote. Ach doch. Du bist das Ende. Ich weiß. Um ehrlich zu sein... Ich glaub' das wird sich Gold oder besser. Ich spiel auf jeden Fall mal. Also bleibst du hier, ich geh' Gucken. Der ist in der Mitte. Ne. Geld ist in der Mitte. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir diese Runde nicht gewinnen werden. Einfach nur deswegen. Ja. Dass... Dass zwei Leute jetzt mit Gold spielen. Äh... Okay. Gut. Äh... Ich glaub' der Grüne wollte... Ähm... Der Keks... Na, die wollte ja in die Mitte gehen. Auch Luca? Ja. Okay. Ähm... Ja, Leute. Auf jeden Fall. Es tut uns sehr leid, dass wir jetzt auch wirklich nicht so viel am Kommentieren sind und so. Aber wir sind halt grad konzentriert auf die Runde. Und dann müssen uns halt noch konzentrieren, keine englischen Wörter zu sagen. Aber... Ja. Ne. Wär schade. Ähm... Auf jeden Fall, Leute. Versuche ich jetzt auch hinzugehen. Kann das sein, das ist bei mir gerade leck? Le-leck? Le-leck? Ich hab' die auch schon. Weil... Guck mal auf unsere Heimat. Jetzt... Ob ich dann noch stehe. Oh. Leute, ich wurde gekickt. Ja, Leute. Dann würden wir sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Und... Richtig belastend, dass wir jetzt... Dass... Ähm... Das... Ähm... Das... Ähm... Dann würden wir sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Und... Ciao, Leute!